Heute haben wir den 5. Februar 2012 und wir sind hier auf dem Engelsmeer in Bad Zwischenhahn. Es sind jetzt einige Nächte unter minus 10 Grad gewesen. Jetzt ist das Engelsmeer zugefroren und man kann da schon auf Schlittschuh laufen bzw. spazieren gehen. So, schon mehr kommen? Schon mehr kommen? So, schon mehr kommen.